Ich habe die letzten Tage damit verbracht, Metroid Prime Remastered endlich mal zu spielen. Ich hatte darauf gewartet, dass die physische Version endlich verfügbar ist, da ich natürlich auch das Spiel, wenn es schon auf einer Cartridge erscheint, dann auch gerne im Schrank haben möchte. Und ich muss sagen, dass trotz so meiner anfänglichen Probleme, die ich gerade bei ein paar der visuellen Eigenschaften, so vor allem das Lighting oder so, was das betrifft, da ein paar Probleme hatte, ist es auf jeden Fall eine fantastische Art und Weise, dieses Spiel zu spielen und vor allem eben auch neu zu erleben. Und das, obwohl es das komplette Balancing des Spiels so ein bisschen über den Haufen wirft. Ich vergleiche es gerne mit der Wii-Version von Resident Evil 4, auch ein fantastischer Port und eben die Möglichkeit, das Spiel mit der Wii-Mode und dem Nunchuck zu spielen, ist eine hervorragende Art und Weise, aber natürlich wird das komplette Balancing über den Haufen geworfen. Es ist sehr viel leichter, das zu spielen als im Original. Und genau die gleiche Erfahrung habe ich jetzt eben auch hier bei dem Metroid Prime Remastered gemacht, dadurch, dass man es jetzt eben mit einer kompletten Dual-Analog-Steuerung spielen kann und auch noch gleichzeitig die Möglichkeit hat, über den L-Button zu springen, während man sich mit der Kamera dann umdreht. Gleichzeitig ist aber auch immer noch die Lock-On-Funktion gegeben und somit lässt sich das Spiel zwar wunderbar spielen und gerade für mich als jemanden, der das Original mehrfach durchgespielt hat, ist es eine schöne Art und Weise, das noch einmal neu zu erleben und vielleicht auch auf eine Art und Weise zu spielen, die das Spiel vielleicht ein bisschen bricht, aber dennoch sehr angenehm ist. Und ich würde vielleicht aber neuen Leuten empfehlen, doch das Original auch nochmal zu spielen, falls ihr das nicht getan haben solltet. Denn gerade mit einem GameCube-Controller, auf dem das hier ursprünglich ausgelegt war, ist es immer noch, wie ich finde, so die beste Erfahrung, wo das Spiel und eben sein originales Balancing am meisten brilliert. Jetzt werden Leute vielleicht sagen, Björn, aber ich kann ja einfach das Remastered auch mit dem GameCube-Controller spielen. Und ja, das könnt ihr, wenn ihr eben den Adapter besitzt, der mit den beiden Smash-Brothers-Spielen rausgekommen ist, eben entweder für die Wii U damals oder jetzt eben Ultimate auf der Switch. Das Problem ist nur, dass die Steuerung nicht so zu 100% 1 zu 1 übernommen werden kann. Zum Beispiel wurden die Tasten nicht angepasst. Das heißt, während im Original über den Startknopf das Hauptmenü aufgerufen wurde und über den Z-Knopf die Karte, ist jetzt der Startknopf zuständig, die Karte aufzurufen und eigentlich Select öffnet das Hauptmenü. Dadurch, dass der GameCube-Controller aber keine Select-Taste hat, ist das darüber auch nicht möglich. Auch im Original wurden eben die adaptiven Trigger des GameCube-Controllers genutzt, um das Strafen zu erleichtern. Und auch diese Funktion ist dann in dieser Remastered-Version nicht mehr vorhanden, wenn ihr das Ganze mit einem GameCube-Controller spielt. Aber es ist trotzdem eine hervorragende Art und Weise, das Ganze zu spielen. Was mir aber nur währenddessen aufgefallen ist, ist dieser Name, Metroid Prime Remastered. Weil ist es wirklich ein Remaster? Ist es nicht, wenn die ganzen Texturen neu gemacht wurden, ein Remake? Ist es irgendwas anderes? Brauchen wir vielleicht neue Namen? Und das ist der Punkt, mit dem ich mich heute in diesem Video beschäftigen möchte. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch vom heutigen Sponsor erzählen. Ich habe jetzt schon öfter das Ganze hier vorgestellt und auch wieder will ich euch von Retroplace erzählen. Einer wunderbaren digitalen Marktplatz-Plattform für den Ankauf und Verkauf von Spielen. Und gerade falls ihr daran interessiert seid, bei solchen Remastern, Remakes wie eben dem von Metroid Prime, auch einmal das Original auszuprobieren, dann ist Retroplace genau die perfekte Anlaufstelle für euch. Auch bei allen anderen Videospielen, Systemen oder zusätzlicher Hardware ist es eine Plattform, die ich sehr wertschätze und die ich auch über die letzten Monate immer mehr selbst privat nutze. Und falls ihr mich bei dem Kauf auf Retroplace auch unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach meinen Affiliate-Link unten benutzen. Und wenn ihr auf der Plattform dann darüber etwas kauft, dann kriege ich eben auch noch einen kleinen Teil davon ab. Ist eben also eine schöne Art und Weise, die Plattform zu nutzen, für euch ein paar Spiele zu besorgen oder eben auch darüber selbst was zu verkaufen. Und dann kriege ich eben auch ein bisschen was davon. Für den Kanal könnt ihr auch so unterstützen. Vielen, vielen Dank wieder an Retroplace für das Sponsoring des Videos. Und jetzt können wir uns endlich mit der wichtigsten Frage in diesem Video auseinandersetzen. Ist Metroid Prime Remastered ein Remaster, ein Remake oder doch vielleicht irgendwas komplett anderes? Was ist eigentlich überhaupt ein Remaster? Was ist eigentlich überhaupt ein Remake? Und können wir das Ganze irgendwie festlegen? Und wahrscheinlich sind jetzt Leute schon in den Kommentarsektionen und so, Nein, Björn! Björn, du Idiot! Du Idiot! Hier! Hier ist das Video, was das dir genau erklären kann. Der gute Samp hatte auf seinem Kanal erst zuletzt auch am Beispiel des Metroid Prime Remasters. Remastered, Remakes, Portierung irgendwas, das Ganze eben erklärt. Was ein Port ist, was ein Remaster ist und was ein Remake ist. Und natürlich habe ich das gesehen, Leute. Natürlich habe ich das Video davon schon gesehen. Genauso wie ich auch alle anderen Videos von Sam gucke, sobald sie rauskommen. Das braucht ihr mir nicht erst erzählen. Aber es sind trotzdem so ein, zwei Sachen da dran, mit denen ich nicht ganz zustimme. Es ist ein wirklich gutes Video. Ich kann das nur empfehlen. Ich kann den Kanal, ich meine, ich habe meine, ich kenne meine Analytics. Die meisten von euch, die hier drauf sind, die werden seinen Kanal sowieso schon kennen und abonniert haben. Und falls nicht, dann geht auf jeden Fall mal vorbei. Auch wenn er fünfmal so viele Abonnenten, nee, auf dem Kanal sogar achtmal, neun, ich kann nicht rechnen. Ich glaube, achtmal so viele Abonnenten hat. Die zwei, drei Leute, die es dann vielleicht trotzdem nicht getan haben, die helfen dann auch. Könnt ihr gerne drauf vorbeigehen, ist ein gutes Video. Und es sind aber trotzdem so ein, zwei grundlegende Sachen, die ich daran persönlich vielleicht nicht auszusetzen habe, aber so ein bisschen widerspreche. Und das eine, dafür kann er auf jeden Fall nichts. Weil das ist so ein bisschen, so wie er es eben darstellt, gibt es, oder können Leute, glaube ich, dann gewinnen sie den Eindruck, dass es klare Definitionen davon gibt. Und das ist eben, vor allem in seiner Position als jemand, der halt wirklich als Entwickler arbeitet und nicht einfach nur so ein Armchair-Death-Critic ist, wie ich das bin, der keine Ahnung hat, gibt ihm das natürlich eine größere Glaubhaftigkeit. Und dass dann wahrscheinlich dann Leute, ah, okay, das ist die genaue Definition von Remaster, das ist die genaue Definition von Remake, die es gibt. Und die Sache ist, und das ist so das grundlegende Problem, die existieren nicht. Wir haben keine festen Definitionen von, was ist ein Remaster in einem Videospiel. Wir haben an sich nicht mal eine hundertprozentig genaue, passende Definition, was einen Port betrifft, weil es selbst da einfach so viele verschiedene Faktoren gibt, die nicht wirklich immer so zusammenpassen, wenn man dann guckt, was ist ein Port, was ist irgendwie ein Remaster, was ist irgendwie ein Remake. Und das grundlegende Problem ist, dass wir, gerade was Remaster und Remakes betrifft, Namen aus anderen Medien nehmen. Und die versuchen dann auf das Medium Videospiele zu übertragen. Und das heißt, wir, anstatt dass wir uns angucken, was gibt es überhaupt alles? Und dann basierend auf dieser Brandbreite von existierenden verschiedenen Versionen eines Spiels zu sehen, okay, so können wir das Ganze kategorisieren, so können wir das Ganze einteilen und basierend darauf, das ist das, das ist das und wir geben denen eben diese Namen. Haben wir das jetzt umgekehrt gemacht? Das heißt, wir haben den Namen eines Remasters genommen, wir haben den Namen eines Remakes bekommen und dann versuchen wir so retroaktiv das Ganze auf die verschiedenen Sachen, die es gibt, ein bisschen draufzusetzen. Und was halt nicht hilft, ist, dass das Ganze von den Firmen selber eben auch noch für das Marketing hauptsächlich eingesetzt wird. Und ich habe zum Beispiel mal geguckt, zu sehen, wann war denn das erste Mal, dass irgendwie offiziell von einem Remaster gesprochen wurde, dass das erste Mal offiziell von einem Remake gesprochen wurde. Und das ist tatsächlich relativ schwer zu finden, dass wir zwar aus der heutigen Perspektive, zum Beispiel als die ersten beiden Ys-Titel von Falcom, ursprünglich auf dem PC-88 erschienen in Japan, dann auf die PC-Engine portiert wurden sozusagen, aber halt in einem Port, der das dann deutlich verbessert, nochmal viele Sachen neu gemacht wurden, die ganze Grafik überarbeitet und vor allem besser gemacht, dann retroaktiv jetzt heutzutage als Remake bezeichnet werden. Ich konnte aber in der damaligen Besprechung des Spiels oder beziehungsweise auch in der Werbung oder sonstigen Sachen nichts dazu finden, dass es ein Remake ist. Ich konnte das auch dann bei der PSP-Fassung nicht immer genau zuordnen, finden und auch viele andere Sachen, dann zum Beispiel eine neue Ultima-Version, als das dann eben auch von Sierra nochmal neu aufgelegt wurde. In einer verbesserten Variante wird heutzutage auch von einem Remake gesprochen. Ich konnte es aber nicht wirklich finden und wo irgendwie der Bruch war. Und auch Remaster ist etwas, was wir eigentlich erst in der siebten Konsolengeneration aufgefasst haben, wo es dann eben die HD-Versionen gab von Spielen, wie eben von Shadow of the Colossus oder eben auch die Metal Gear Solid HD Collection, dass es davon dann auf einmal Remastern gesprochen wurde. Und die Sache ist, wenn man jetzt sagt, Remaster in einem Videospiel ist das und das, lässt sich nicht wirklich festlegen, vor allem nicht objektiv, weil vor allem Remaster aus einem, das ist ein Begriff, der eben hauptsächlich aus der Musik kommt und dann eben auch in der Filmindustrie benutzt wird, weil ein Remaster nichts anderes ist, als das erneute Mastering der Originaldateien. Das heißt, da kommt eigentlich, das heißt, wenn ich jetzt auf Sams Video eingehe und dann sage, und er sagt, ein Shadow of the Colossus ist beispielsweise kein Remaster, weil es an sich nur sich die Originaldateien nimmt oder die originalen Assets, den originalen Code. Ich meine, in dem Fall ist es reverse-engineert von der Retail-Disc, was Bluepoint da gemacht haben. Aber es versucht das originale Spiel, die originalen Assets, so gut es geht, originalgetreu in einer höheren Auflösung zu zeigen und in einer höheren Framerate. Und eben an sich die Originaldateien nochmal neu zu mastern, so genau wie das dann eben bei der Musik gemacht wurde für eine erhöhte Klangqualität oder eben aus dem Filmbereich, wo sich die originalen Dateien, in dem dann, in dem Fall meistens dann eben auch die Filmrollen, genommen werden von älteren Titeln und die nochmal zu überarbeiten, zu remastern, sei es jetzt damals dann gewesen, nochmal als DVD rauszubringen, als Blu-ray oder eben mittlerweile als dann 4K Blu-ray Remaster. Und das muss natürlich immer unbedingt besser sein. Ich meine, bei Spielen haben wir auch die Probleme, dass wir irgendwelche Remaster bekommen, die dann absolut kacke sind. Wir hatten das während der Playstation 3-Ära oft genug mit irgendwelchen Fehlern. Und auch in der Filmindustrie kann es mal passieren. Ich glaube, viele Leute wissen von dem Debakel der Buffy-Blu-ray-Version, was eigentlich ein Remaster sein sollte, aber das eben auch vollkommen verschissen hat in der Darstellung. Aber da kommt es eigentlich her. Das heißt, wenn wir diesen Begriff aus dem anderen Medium nehmen sollten, dann müsste er eigentlich auch so angewandt werden. Das Problem ist nur, dass man auch da relativ schnell in Grenzen gerät, wo es dann schwer ist zu sagen, ja, was ist denn jetzt noch das Remaster? Wo fängt das dann an, irgendwelche neuen Sachen hinzuzunehmen? Weil, wie gesagt, aus dem originalen Mastering ist es jetzt nicht so, ja, wir mastern jetzt nochmal die Originaldateien und dann packen wir einfach in einem Fall von einem Film irgendwie neue Szenen hinzu. So, auch da gibt es dann zwar die Fälle, wie jetzt irgendwie bei Star Wars, dass dann neue Effekte hinzukommen, dass du Versionen hast, wie ich meine, das wurde jetzt nicht Remaster genannt, das war in dem Fall eben der Final Cut bei Blade Runner, wo man nochmal zurückgegangen ist und hat neue Effekte eingefügt, ausgetauscht. Der Sohn von Harrison Ford ist nochmal gekommen, um bestimmte Szenen neu zu filmen, dass die dann eingefügt werden können. Und da existiert eben auch schon so eine gewisse Grenze. Aber bei Spielen ist es einfach durch das, so wie das Medium funktioniert, nochmal viel schwieriger. Beispielsweise ist es der Fall bei Kingdom Hearts gewesen, der 1.5 HD Collection, wo man auch sagt, ja, nach der Sache, wie ich das jetzt vorher beschrieben hatte, dann sollte das auch ein Remaster sein. Aber sie hatten nicht mehr den kompletten originalen Quellcode. Sie hatten nicht mehr die originalen Assets. Und anstatt eben jetzt auch eine fertige Retail-Disc zu nehmen und die zu reverse-engineeren, haben sie eben so das halbe Spiel nochmal neu gemacht. Aber eben in dem Stil des Remaster, also quasi so neu gemacht, dass es wirken soll wie ein simpler, also in Anführungszeichen simpler, Upress-Job der PlayStation 2-Version mit höherer Framerate. Das war das Ziel, aber es musste eben trotzdem komplett neu gemacht werden. Und dann eben auch die Beispiele, die auch in dem Video genannt wurden nochmal, dass du dann Fälle hast, wo ja, wir machen jetzt einfach nur eine 1080p, 4K, 60fps Version eines Spiels. Dann ist es dementsprechend, ab wann ist es dann irgendwie mehr als ein Remaster, wenn du neue Dinge hinzukommst? Es muss alles verändert werden, nur ein gewisser Teil, 30% neu, 40% neu, 50% neu ausgetauscht. Was ist, wenn dann wirklich irgendwie neuer Soundtrack mit eingefügt wird? Ist das dann nur eine geupdatete Version? Was ist mittlerweile von Spielen, die zum Beispiel von der PS4 auf die PS5-Version ein in Anführungszeichen Remastered bekommen haben? Wir nennen es ja meistens nur eine Next-Gen-Fassung, ein Upgrade oder halt irgendeinen Scheiß, den sich die Publisher ausdenken. Wo es dann zum Start der neuen Konsolengeneration Devil May Cry 5 gab, was ein Spiel der achten Konsolengeneration war für Xbox One und PlayStation 4. und dann jetzt eben eine geupdatete Extended-Version, was auch immer, wie sie es dann genannt haben, Special Edition in dem Fall, die dann neue Modi bietet und eben auch die Möglichkeit, das Ganze in 120 FPS zu spielen. Also und eben auch noch, also das heißt in dem Fall, dass das auch die, wo wir jetzt vorher gesagt haben, oh, ein Shadow of the Colossus läuft jetzt in 60 FPS, jetzt läuft ein Spiel, was vorher in 60 lief, dann in 120. Ist das dann in dem Fall auch ein Remaster? Ist das nur eine Special Edition? Und selbst wenn wir zurückgehen und dann betrachten, was ist denn ein Port? Auch da mussten halt oftmals Spiele komplett neu gemacht werden. So in den meisten Fällen, ich glaube, das ist immer so die Sache, dass wir von Ports gesprochen haben, weil es, oder wir sprechen von Ports, solange es auf demselben Level bleibt oder runtergeht in der grafischen Version. Weil damals war es eben auch so, die komplette Hardware war unterschiedlich und nicht einfach jetzt nur die Beispiele von irgendwie Xbox, PlayStation 2 und Gamecube, die eben wirklich unterschiedlich liefen und funktionierten, sondern wenn du dann wesentlich weiter zurückgehst und dann hat das zum Beispiel, in den meisten Fällen gab es zuerst eine Arcade-Version. Wenn es auf die Heimkonsole gekommen ist, die waren halt so deutlich schwächer, dass die Spiele meistens komplett neu gemacht werden mussten. So eigentlich würdest du das aus einer heutigen Sicht fast schon einen Demake nennen, dass du die Heimkonsolen-Version für den NES von Double Dragon oder von Contra fast schon Demakes nennen würdest, von denen es dann teilweise nochmal weitere Demakes gab, dass dann sich auch nicht wieder die Original-Arcade-Version als Vorlage genommen wurde, sondern die NES-Version, um davon dann irgendeine Version fürs Master System zu machen. Dann gab es von Double Dragon auch für verschiedene Heimcomputer zu der Zeit, fürs ZX Spectrum und alles mögliche, unterschiedliche, in Anführungszeichen, Portierungen, wo aber auch die Sachen komplett neu gemacht werden mussten, wo eben auch sich nicht einfach nur, man sieht es in dem Video, wurde eben als Beispiel gezeigt, irgend so ein Racer, der dann eben für die Dreamcast N64 und Playstation rauskam, die halt alle grafisch sehr unterschiedlich aussehen, aber im Endeffekt immer noch das gleiche Spiel sind. Damals war es eben so, dass die Titel vollkommen angepasst werden mussten, dass das die grundlegende Spieldesign überarbeitet werden musste und wo ist es dann nur ein Port, wo wird es eine neue Version? Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass ich dann eher meistens von Versionen spreche, persönlich, wenn es diese, wenn es irgendwie adaptiert werden muss. Und auch das ist eine Sache, wo ich dann denke, je nachdem, wie stark es auf die Hardware angepasst werden muss, gerade wenn es die Steuerung betrifft, wenn du alleine, nicht nur wegen der grafischen Qualitäten, sondern eben vor allem wegen der Steuerung ein Spiel grundlegend überarbeiten musst, dass es dann vielleicht schon eher eine Adaption ist, ne, zum Beispiel die VR-Version von Resident Evil 4 ist ja an sich, versucht ja das Original zu sein, aber auch hier gibt es deutliche spielerische Änderungen. Die Tatsache, dass du um die Ecke gucken kannst, dass du limbo-mäßig unter Fallen durchlaufen kannst, dass du zwei Waffen gleichzeitig tragen kannst, dass du rennen und schießen kannst gleichzeitig, dass auch das Nachladen mit bestimmten Waffen anders funktioniert, dass zum Beispiel die Schrotflinte jeden einzelnen Schuss einzeln nachladen muss und nicht wie im Original Leon einfach immer nur zwei Dinger reinballert und dann nachlädt, egal ob er jetzt auch ein Hunderter Munitionsfach in der Striker irgendwie drin hat. Und da würde ich dann vielleicht schon eher von einer Adaption reden in dem Fall. Aber ist es dann auch eine Adaption, wenn wir bei Titeln, die wir irgendwie ein Remake nennen, aber die etwas vollkommen anderes bieten, nicht einfach nur wie ein Resident Evil 4 zu Resident Evil 4 Remake aktuell, sondern ein Silent Hill Shattered Memories, was ja ursprünglich nicht mal als eine Art Remake oder Reimagining oder Reboot oder sonst was gedacht war, sondern ein vollkommen neues Silent Hill. Und dann hat man sich nur wirklich die Prämisse des ersten Teils genommen, wo es ist so, oh, der Charakter Harry Mason fährt nach Silent Hill rein und es schneit und er verliert seine Tochter und muss jetzt durch die Stadt gehen und sie irgendwie suchen. Wie die Handlung sich entwickelt, die meisten Charaktere sogar, die man trifft, wie das am Ende sich nochmal komplett neu rekontextualisiert, das Gameplay davon, die ganzen Zwischensequenzen, also was heißt die zwischen dem Spielsequenzen, nicht Cutscenes, sondern die Sequenzen, die zwischen dem eigentlichen Gameplay, sagt's egal, auftauchen, bei denen man eben bei einem Psychiater ist und verschiedene Aufgaben bewältigt und dann eben auch so die eigene Persönlichkeit irgendwie analysiert bekommt oder so einen Scheiß. Das ist eine komplett neue Erfahrung geworden. Ist das dann auch noch ein Remake? Ist es dann ein Reimagine? Das Problem ist, glaube ich, dass wir diese ganzen Begriffe irgendwie haben und kennen und sie dann versuchen, irgendwie auf Dinge zu passen. Aber dadurch, dass wir keine festen Definitionen haben, haben wir immer das Problem, dass es dann verschiedene Seiten gibt, die sagen, nein, das ist ein Remaster und das ist ein Remake. Und warum? Ja, weil das ist für mich ein Remake, aber für mich ist das ein Remake, weil es eben diese Definition nicht gibt. Wir haben im Fall von einem Remaster gibt es nur Definitionen aus anderen Medien und wir haben das dann einfach übernommen. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu lösen, ist es, sich grundlegend anzusehen, was existiert alles? Was gibt es alles? Was sind die verschiedenen Versionen in den 80er Jahren gewesen, 90ern, wo es dann von der Arcade auf die Heimkonsole, von der Heimkonsole auf was anderes, hin und her auf einen Handheld, der komplett überarbeitet werden musste, das Spiel, da zu überlegen, was gibt es eigentlich alles? Diese Sachen zu kategorisieren und basierend darauf, verschiedene Eigenschaften festzulegen und denen dann gewisse Namen zu geben. Ob wir dann nachher wieder bei einem Remaster sind, ob wir nachher wieder bei einem Remake sind oder ob wir unterschiedliche, also komplett neue Wörter irgendwie treffen. Ich hatte das auch, das ist eine Sache, die ich in dem Video von Sump eben hervorragend fand, wo er dann auch meinte am Ende, irgend so Spiele, die an sich den gleichen Source-Code sogar nehmen und dann darüber, oder beziehungsweise die gleiche Code-Basis, und darüber einfach nochmal neue Texturen legen. Wie jetzt eben, um die Kurve zu machen, zu dem Metroid Prime Remastered oder wie wir es eben auch mit dem Demon's Souls Remake hatten. Das eine wird Remastered genannt, das eine wird Remake genannt, obwohl es im Prinzip das Gleiche ist. Es wird in dem Fall sich eben hauptsächlich die originale Code-Basis genommen und dann darüber die neue Optik gelegt und so ein paar Quality-of-Life-Features werden noch hinzugenommen. Und das eine wird eben von dem Publisher Remastered genannt und das andere wird vom Publisher eben Remake genannt. Wahrscheinlich einfach nur, weil bestimmte Gefühle ausgelöst werden können. Im Fall vom Remake soll es eben dieses, oh, das Demon's Souls Remake für die PS5 und wir zeigen euch die Kraft von der Konsole. Guck mal, wie gut das aussieht. Und trotzdem 60 FPS und die fucking Ladezeiten. Und Metroid Prime Remastered ist dann eher so, ja Leute, erwartet es nicht zu viel. Wenn wir das Remake genannt hätten, dann hätten Leute wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr erwartet oder nochmal weitere Änderungen spielerisch, bestimmte Dinge irgendwie über, keine Ahnung. Und wenn wir es Remastered nennen, dann sind die Erwartungshaltungen vielleicht ein bisschen niedriger. Und dann ist es so, oh, also verglichen mit den anderen Remastered, die ich kenne, die einfach nur die Optik verbessern oder beziehungsweise die Auflösung verbessern, nicht die Optik, ist ja hier noch so viel mehr passiert. Das ist ja hervorragend. Und das dann nur für 40 Euro. Halle fucking Luja. Und wir sollten dann, glaube ich, aufhören, uns von den Firmen diktieren zu lassen, was etwas ist, wie es genannt wird, nur weil irgendwie Firma XY sagt, das ist ein Remake, das ist ein Remaster oder das ist irgendwas. Ein bisschen blöd. Und dass wir das eben in die eigene Hand nehmen sollten und irgendwie eigene Begrifflichkeiten dafür entwickeln, weil ich eben für diese Art von Spiel den Namen eines Retakes sozusagen, wie Samt das dann genannt hatte, ganz gut finde. Ob ich jetzt dem Namen zustimme, weiß ich nicht, aber ich finde es zum Beispiel viel interessanter, so eine Definition zu haben, mit der man eben auch einfacher arbeiten kann und die dann sich deutlich von anderen Dingen abgrenzt und eben keinerlei Kommunikationsprobleme schafft. Weil jetzt kann man natürlich sagen, hey Björn, warum ist das denn überhaupt wichtig? Kann dir das nicht einfach vollkommen egal sein? So wie der Scheiß heißt, beschreib es doch. Und das ist so, ja, irgendwo, irgendwo schon. Aber ich finde gerade für diese Kommunikation, also nicht einfach nur mal auf einer übergreifenden akademischen Seite, dass man da eben wirklich weiß, festgelegt hat, was diese Begriffe sind. Und wenn man die dann in solchen wissenschaftlichen, akademischen Texten benutzt, das eben klar definiert so benutzen kann die ganze Zeit. Aber auch in unserer Kommunikation. Weil das Problem ist, wir werden glaube ich nicht aufhören, solche Shorthands für die Sachen zu benutzen. Weil wir natürlich nicht jedes Mal irgendwie sagen wollen, oh ja, was ist denn das? Ja, das ist ein, also hier dieses neue, diese neue Metroid Prime Version, da haben sie das und das gemacht und dann die Texturen neu und das wurde geändert, das wurde geändert, bla bla bla. Sondern man will einen Namen nennen, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Retake. Und dann hätte, dann hätten die Personen zumindest was Grobes im Kopf. Weil wenn ich sage, das ist ein Remaster, dann bin ich so, oh, okay, also das heißt, die haben jetzt einfach das Gamecube-Spiel da drauf gepackt und das ist jetzt in 16 zu 9? Oder ist es dann trotzdem nur, also weiterhin 4 zu 3? Haben sie die Steuerung angepasst? Läuft das jetzt in einer höheren Framerate? Also nein, nein, sie haben die kompletten Texturen ausgetauscht und verarbeitet, also wie in einem Remake. Also ja, aber das ist anders genannt und sie haben jetzt nicht die Dinge überarbeitet und an sich ist es immer noch das gleiche Spiel mit Balancing-Problemen jetzt, weil es viel zu einfach geworden ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass man immer viel mehr darum herumzählen muss und wir zwar diese Begrifflichkeiten dann benutzen, weil sie auch verwendet werden eben von den Firmen selber oder eben auch von uns und es aber, wir alle unterschiedliche Vorstellungen haben und es, glaube ich, sehr hilfreich wäre, da mal irgendwie drüber nachzudenken, gewisse Einteilungen zu treffen und ich glaube, dass wir auch so ein bisschen davon wegkommen sollten, dann zu sagen, das ist definitiv ein Remaster bei Spielen und das ist definitiv ein Remake bei Spielen, weil es eben keine festgelegte Definition davon gibt und man kann jetzt sagen, nein, das ist halt genau so, aber wir sehen ja, wie es benutzt wird, wir sehen es ja auch, wie es von den Firmen verwendet wird und wir haben eben keine wirklichen akademischen Sachen oder eben auch von wirklich Entwicklern alle, wo sie sich einig wären, darauf was zurückzugreifen, festzulegen und ich glaube, bis man das Ganze nicht irgendwie weiter, also besser festlegt, müssen wir, werden wir uns missverstehen, werden wir immer wieder in diese Diskussion reinkommen, was ein Remaster ist, was ein Remake ist, ab wann ist es irgendwie was und müssen dann dazu übergehen, die kompletten kleinen Einzelheiten irgendwie immer und immer wieder zu verwenden. Ist es ein Port, ist es eine Adaption, ist es eine Umsetzung, ist es eine andere Version, ist es ein Upgrade, ein Remake, ein Demake, eine Special Edition, einfach nur irgendwie Enhancement, sonstigen Kram, das ist sehr, sehr zermürbend auf Dauer und ihr könnt euch jetzt gerne in den Kommentaren darüber ein bisschen auslassen, vielleicht auch, haben Leute von euch gewisse Definitionen dafür, ich würde halt nur nicht sagen, das ist ein Remaster, das ist ein Remake, sondern vielleicht, dass wir eher davon ausgehen, was ist das Ziel, was ist das Ziel dieser Version und zu sagen, hey, wenn die Version das Ziel hat, einfach nur, wir wollen das Original, möglichst Original getreu bieten und dann aber die Auflösung anpassen, das vielleicht auch auf 16 zu 9 machen und eben die Framerate ein bisschen erhöhen, aber ansonsten soll es eben wirklich original wie möglich dargehalten werden, was ist so, wie nennen wir das dann? Wenn wir zum Beispiel weitergehen und sagen, hey, wie etwas sieht wie ein Port aus beispielsweise, ist aber nur eine Emulation mit aber auch weiteren Quality of Life Features und Veränderungen, die fast schon in ein Remake gehören würden, wie die M2-Portierungen von diversen Schmaps beispielsweise, die an sich auch nur, so die wirken wie Portierungen, sind an sich Emulationen, die aber dann erweitert werden durch zusätzliche Features oder eben auch Modi oder eben auch neue beziehungsweise die Informationen, die das Spiel im Hintergrund laufen lässt, neu visualisiert und das ist auf einmal alles zusammen. Also es ist eine Emulation, es wirkt trotzdem einfach nur wie ein Port des Spiels, der Original, der möglichst eben eins zu eins originalgetreu sein soll und dann sind es aber auch noch die ganzen Remaster-Features, aber vielleicht sogar noch Remake-Sachen mit neuen Modi, die hinzukommen, die das Spiel dann überarbeiten in der Form eines neuen Arranged-Modes oder so, die dann neue Gameplay-Mechaniken teilweise sogar hinzufügen. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe und ich glaube, ich habe jetzt lang genug geredet, ich belasse es einfach an diesem Punkt. Metroid Prime, Remaster, Remake, Retake, was auch immer, sehr empfehlenswerte Version, ich empfehle trotzdem, falls ihr es noch nie gespielt haben solltet, weiterhin die Gamecube-Fassung, weil es dort für das Balancing drauf ausgelegt war. Dennoch ist das eine super, sagen wir mal, New Game Plus-Funktion, in der das Spiel wesentlich einfacher wird und es ist eine andere Art und Weise, das zu erleben. Wie ihr es im Endeffekt macht, ist dann euch überlassen. Geht auf jeden Fall bei Samba auf dem Kanal vorbei, wie gesagt, die zwei Leute von euch, die es noch nicht getan haben sollten. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag noch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.